...ehm... ...bekommen. Echt? Und welche? Ja, die erste. Eine Spitzhacke zu machen. Nein, eigentlich ist die erste... ...Inventar öffnen. Hab ich schon mal gemacht. Cool, ich auch. Und noch ne Tür. Warm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein kleines Anfangszen ist schon fertig. Echt? Na, bei mir noch nix da so, in der Art. Ach man, will das nur den dummen Block da haben. Ab geht's zum Weizen. Klaus, du den Weizen von dem Dorfbewohner oder was? Nein, nein, ich... Ich... Wie soll ich das sagen? Wir teilen es uns. Ach so, okay. Kann man so auch so nennen. Oder ich leise aus. Ja, ich leise mir aus. Im nächsten Update... Ja man, alles leid. Im nächsten Update wird er sowieso so sein, dass man mit Dorfbewohnern irgendwie... ...integrieren kann, also irgendwelche... ...sachen tauschen kann. Das weiß ich auch. Um andere Sachen zu bekommen. Ich weiß. Ja. Aber nicht die Zuschauer, vielleicht nicht alle Zuschauer. Was alle Zuschauer? Vielleicht wissen nicht alle Zuschauer, dass man das im nächsten Update machen kann. Ich denke mal, unsere Zuschauer sind schlau genug. Ich denke, wie er für dumme Zuschauer haben. Wir haben nicht gedacht, dass ich dumm bin. Du hast aber angedeutet. Nein. Du wolltest nur halt den... Also schaust du nicht mehr, Bruna, nur mich. Er ist viel zu... Ja. Er mag Zuschauer nicht. Nicht Spaß. Er findet einfach alle Menschen dumm, die klüger sind als er. Aha. Ja. Ja, genau. So. Ich sage nichts dazu. Hä. Hast du schon entschieden, mit welchem Let's Play du anfangen willst? Also... Dein Solo Let's Play. Nein. Ich verrate es nicht. Verräte nicht. Nur du bist noch zu entschieden hast. Welches... Welches ist es, habe ich dich ja nicht gefragt. Kaputt. Neue hernehmen. Okay, glaube ich habe mich entschieden. Aber ich verrate es nicht. Okay. Kannst du mir Teeswig schreiben? Anstupsen? Nö. Das finde ich fies. Mach ich nach der Aufnahme. Oh mein Gott. Okay. Nein. Da bist du geschockt, wa? Nein, nicht wirklich. Nein, eigentlich glaube ich das hier ja nicht genau so. Und dann setze ich hier zwei Sandblöcke hin. Okay, dann habe ich hier auch noch ein Ding. Und dann noch einen Sandblock hier hinsetzen. Oh nein. Mist. Ist es draußen dunkel? Ja. Ja, da habe ich mich fest. Bist es. Bist du gerade in der Höhle? Ja, war ich gerade. Also... Das heißt, Höhle hat mir so ein kleines Ding gegraben. Höhlenmensch. Das sagst du. Das sage ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du nicht mehr sprinten, oder was? Kannst du nicht mehr sprinten, oder was? Ja. Ja, ein Brot, damit ich wieder volle Kolben habe. Da ich kein Dieb bin wie du. Du bin ein Dieb. Weil du arme Dorfbewohner klaust. Genau. Nein, nein. Ich werde die... Das NPC habe ich schon in Planung ein bisschen aufzubessern. Nach Häuser mehr zu machen, sodass wir mehr Familien einziehen können. Genau. Und dann können wir auch noch eine fette Burg hin machen und dann das als Vordorf, also Vorstadt hernehmen. Das ist ja mal in einer separaten Staffel nicht schlecht. Und außen rum machen wir eine fette Zaun, sodass niemand raus kann und dann werden die eingeschlossen wie... Sklaven. Wie, keine Ahnung. Genau. Wir machen eine... eine... eine Siedlung. Außen rum so eine Mauer, dann sind wir sozusagen... Die Könige. Also ich der Könige und du bist die Prinzessin. Wieso Prinzessin? Habe Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Okay, ich meine, geh, geh, geh. Oh nein. Nein! Oh mein Gott, das greift mich einfach so von... Oh mein Goooooooood. Ich will nicht sterben, bitte nicht. Nein! Ich will auch nicht sterben, aber jetzt bin ich tot. Ich hatte doch ein halbes Herz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Warte, wo ist das NPC-Dorf? Da lang, oh mein Gott. Ey, Alter! Was machst du denn hier? Ich bin gestorben. Wo ist denn das NPC-Dorf? Hinter dir. Kannst mal aufhören zu regnen. Nein, nein, geht leider nicht. Wir sollten vielleicht die Nacht überschlafen, ne? Dann wird's ja gehen. Wir müssen uns einfach später... Ähm, Eisen holen und dann die Schafe scheren im Wald. Ja, das kennen wir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was machst du da hinten? Meine Sachen einsammeln. Bist du vor mir oder... Keine Ahnung, ich bin irgendwo... Oh mein Gott. Ja, genau, Mann. Genau, ich bin jetzt weg. Oh nein, ein Chunk Error. Oh mein Gott, vier Creeper sind hinter mir her. Und eine Spenne. Bei mir ist... Bei mir ist voll der fette Chunk Error. Okay, jetzt noch ein Creeper, der wahrscheinlich... Und noch ein... Oh, okay. Sechs Creeper. Ich hab halt zu dir in die Wohnung. In dein Haus. Da ist aber kein Glas. Was hat das mit Glas zu tun? Warte, ich geh schnell kurz raus, weil bei mir ein Chunk Error ist. So, wieder drin. Okay. Okay, wo... Wo... Wo sie jetzt sind? Genau, da hinten. Okay. Hab mich gerettet. Huh. Ha, eine Chest? Hehehe, ja Mann. Siehst du, wer ist hier... Dieb? Du hast dir in den Brot geklaut zum Überleben. Ich hab kein Brot geklaut. 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 Wo ist jetzt der... ...Wald hin? Der Wald ist ganz weit weg. Oh, na... Nein, ist er nicht. Der ist gleich. Hast du noch einen Wald gefunden, oder wie? Nein, Mann. Ich hab hier einen Privatwald angestellt. Hey Mann, lässt du die Dorfbewohner in Ruhe? Wer? Die Zombies. Ich bin... Ähm... Wie bin ich denn? Genau, ich bin der Man in Black. Ich beschütze euch alles. Macht gar keinen Sinn. Wieso denn? Ich bin... weg von den Skeletten. Er ist ein Außerirdischer. Und ich bin von dem Man in Black und muss die Menschheit von den Außerirdischen beschützen. Das ist ein Erdischer. Er ist nur ein Zombie. Zombies kommen nicht von einem fernen Land. Land, Planeten meinst du wohl? Ja, genau. Alter, diese Skeletten, hey. Professionelle Bogenschützen hier. Lass du mal die Schweine in Ruhe. Ich brauche sie noch zum Essen. Na ja, macht was ihr wollt. Ich bin weg. Tschüss. Oh, ey da. Ich geh schon rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wer? Du explodierst mein Haus. Hast du überhaupt schon was angefangen in dem Haus? Kommt drauf an, ob du drin warst. Ich muss mal was einstellen. Wo ist denn das jetzt? Grafikeinstellungen? Was wirst du einstellen? Das Glas, dass es nicht alles auf einmal zusammen ist. Ich habe ja gar kein Glas. Das war's nicht. Nee, und? Oh mein Gott, ein Reaper. Und deine Spinne. Fancy. Ja, man. Oh nein. Cool. Oh nein, ich habe einen Dorfbewohner umgebracht, glaube ich. Und du bist tot. Ja! Ja. Oh Gott. Ein Reaper. Ich bin im Trainer, ich muss noch mal reinkommen. Ah, scheiße. Nein. Zwei Creeper. Ein Creeper und drei Spinnen. Und ein Zombie. Oh mein Gott. Weißt du, wo ich gestorben bin? Die NPC-Bordorfer Bewohner haben es nicht gerade leicht. Ja, klar. Sonst noch Wünsche? Wie viel sind denn das? Ja, klar! Okay, da war es nicht meine Sachen. Alter, nur um einen Creeper zu töten, habe ich mehr als die Hälfte. Wow. Vier Skelette. Oh, ne. Da hast du recht. Ohne. Die Typen verteidigen sich ja. Genau. Lass sie in Ruhe machen. Knochen. Ich hoffe, äh... Stirb, 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 stirb. Ihr seht es nur live hier bei Click Play Games. Wie sich Dark Alpha noch am Leben hält. Ich glaube, ich pflanze mal ein paar Bäume hier. Alter, es ist noch immer Tag und es regnet wie auch immer. Und jetzt hier Creeper überall. Äh, ich meine... Enderman. Was? Enderman. Ja, ist mir auch mal eben aufgefallen. Sie spawnen sich hier rumweg am Regen. Dann töten sie sich selbst. Hm? Dann werden die umgebracht. Ach nee, Mann. Doch. Ah, wirklich viel Arbeit. Hier dieses Creeper-Lock zu stopfen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Oh nein, ein Zombie klopft auf meiner Tür. Herein. Wer sind sie? Oh mein Gott, ein Vertreter. Wer sind sie? Wer sind sie? Loverst du Vertreter. Ein Vertreter? Vertreter. Komm her. Ich. Komm her. Komm her. Wie lange sind denn die noch da? Da. Das ist ja auch nicht mehr die Nacht. Wir sind trotzdem noch am Tag. Aber weil es regnet, können die nicht verbrennen. Oh nein. Es ist immerhin in Ruhe. Ein Zombie ist in mein Haus reingerannt. Oh nee. Doch. Entschuldigung, wie lange regnet es denn noch? Ich glaube, wir sollten mal schlafen, dann regnet es nicht mehr. Aber das geht ja auch nicht, es ist noch immer Tag. Okay. In diesem Sitz. Du mit einer kleinen Bar. Wollen sie, wollen sie, wollen sie, wollen sie Döner, Döner. Okay. Hey, was soll das? Ich würde dich hier tot schlagen. Aha. Ich fühle mich kein denn aus. Ich glaube, wir harren hier mal aus die Nacht. Oder den Tag. Wie lange es auch noch dauert. Hier mal ein bisschen Stein schlagen. Wenn ich Sinktuch finde. Oh nein, da ist nicht Spinn. Hallo, guten Tag. Ich hätte gerne einen, was haben sie hier? Einen Gülle Gülle. Oh, ein Gülle Gülle bitte. Essen. Okay, hier. Und ein bisschen Fladenbrot mit dazu. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Warten sie. Und hier unsere Happy Meal Überraschung für sie. Zum Spielen. Oh, Dankeschön. Ja, das habe ich gebraucht. Hier ist hier gelten. Dankeschön. Okay. Ich glaube, ich habe langsam keine Lust mehr hier zu warten. Ja, gib mal ein paar Schafe, ähm, killen. Nein, das will ich auch nicht. Wir brauchen es. Einfach aufhören zu regnen. Ach, Mann. Ich schau mal nach einer Höhle oder so. Ich brauche jetzt Stein. Stein? Ja, Stein. Hört man mich eigentlich gut? Ja, ich hör dich. Ah, okay. Gut genug. Okay. Hm. Ich weiß jetzt nicht. Mann, hier gibt es ja Gartenhöhlen-Eingänge oder so. Hm. Och, Mann. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Oh, Eisen. Ich, ich mache ihm auf dein Haus. Ich mache ihm mal dein Haus schön aus. Ich habe Stein gefunden. Was machst du? Ich verschöne mir mal dein Haus. Ich habe gerade Stein gefunden. das ist sehr gut finde ich echt also aus meiner perspektive ja da habe ich stein ich sehe deinen schild und jetzt habe ich keine spitze mehr und ich bin hier unten eingesperrt ich helfe dir mal hier im haus bisschen nicht alles verschwinden nein nein ich klicke alles den rest lege ich jetzt zurück siehst du laminat verlegt das macht zwei eisenbaren bitte raus aus meinem haus ja genau raus 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 aus ihrem haus ich bin der aus meinem haus gerichtsvollzieher warten sie alles gerade so ihr anzug also eine spitzhacke und eine axt kommst du raus kommst du raus kommst du raus kommst du raus da auch gehört zu regeln ich hab's gesehen ja ja wieder nicht drauf das ist so ein wieso bist du tot weil ich mit einem skelett geschliggert habe okay ich habe drei eisen erz ist doch was ich meine vier hier habe ich kohle gefunden kohle hier brauchen kohle wusste ich nicht ja ja eingesammelt doch schon stein ja habe ich über ein steak aber ich nicht gewusst ich beklau mal hier die ja was klaus du ich glaube hier mal wissen weizen hast du dir auch kommen wir kannst du sagen ich habe ausgeliehen ich habe geteilt ich teile mit dem ich pflanze die dinge wieder rein hier ist ein creeper loch das ist schön okay dann gehe ich mal meinen platz suchen glaube ich fange schon ein bisschen in der mine an echt ja ja ich würde sagen ich suche noch mein platz dann hör mal mit der aufnahme auf da machen morgen weiter ja ich gehe einfach nur noch über den see und dann über das das auch sein soll dann höre ich auf wie suchen wir morgen bei der nächsten aufnahme dann weiter wie lange nehmen wir schon auf ungefähr keine ahnung habe kein paar halbe stunde 40 minuten sowas schon noch im baum zum abholzen ja ich würde sagen nein das ist warte wo bist du wenn wir uns hier treffen irgendwo nein oder nicht auf der anderen seite liegt aufnahmen die mal wieder ich auf weil ich habe ziemlich wenig aufgenommen nimmst du wieder auf oder ja weil wir sagen das gibt bisschen hat es nichts geholfen da wo ich gerne mehr platz gefunden habe jeder nähe und 34 56 8 12 13 schaffe sich das ist schön das ist ziemlich schön jetzt nochmal 5 18 sind viele schaffe dort und über 20 schaffe gezielt ja nix aufnehmen da wieder ich auf unten also die übernächst kannst du noch von bona sehen genau also dann leute man sieht die bei der nächsten aufnahme von click play games tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020